Weihnachten 2015 Da darf man sich natürlich MyCooTube auch nicht entgehen lassen. Hallo liebe Freunde, uns beiden kennen natürlich die regelmäßigen CooTube-Besucher. Ich bin der melkende Weihnachtsmann. Und was ist das bloß für ein komisches Weihnachten dieses Jahr? Meine Lieblingskuh Petra will melken und Milch geben ohne Ende. Aber Milch kostet kein Geld. Milch ist ganz billig eben. Und mein Lieblingsregentier Rudolf will den Schlitten ziehen, aber es liegt kein Schnee. Auch das wird wohl problematisch dieses Jahr und ist einfach problematisch. Und auch sonst sind die Zeiten sehr, sehr turbulent. Zunehmende Gewaltbereitschaft, Extremismus und Terrorismus machen uns überall zu schaffen. Aber wenn wir mal überlegen, vor über 2000 Jahren waren die Zeiten auch nicht ruhiger. Da war Josef und Maria unterwegs. Und Maria war hochschwanger. Und letztlich fanden sie einen Platz in der Herberge, wo sie zur Ruhe kommen konnten. Nach langer Suche. Und heute ist die Situation ähnlich. Das Christuskind, also Jesus wurde geboren und er brachte eine Botschaft mit zu uns. Und diese Botschaft können wir heute weiterleben, indem wir mit offenen Armen unseren Mitmenschen gegenübertreten. Indem wir von dem, was wir haben, abgeben. Friede und Fröhlichkeit wollen wir vorleben, gerade jetzt zu Weihnachten. Und jetzt lade ich euch mal ein und präsentiere euch unseren Kirchenchor. Und ihr kriegt auch einen Blick in die Kirche geboten, im schönsten Dorf an der Ise, im Landkreis Gifhorn. Und denkt dran, immer schönartig sein. Auch du, Amos. Herr, bald, wo ihr bleibt, wir völlig triumphieren. O kommet, o kommet, abgeben. Givet im Kind, lass der Welt geboren, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. O Seelen, die Herden, heilen von den Herden, die nieder in Demut vor Gottes Thron. Gehen wir mit ihnen, alle Menschen, die nieder in der Ise, 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 in der Ise. Gehen wir mit ihnen, alle Menschen, die nieder in der Ise, 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 in der Ise Die gesamte Mannschaft von MyQTube, alle aktiven Landwirte, sowie unsere Schaltzentrale in Hannover, wünscht euch allen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Und guckt bald mal wieder rein. Wir haben noch viel Wissenswertes, Informatives und auch Spaßiges rund um die Milch. Tschüss!